Hallo liebe Leute, ich hatte jetzt tatsächlich nochmal Lust, eine Herzchakra-Öffnung zu machen. Ihr könnt gerne mitmachen und ich bin kein Fußballschauer. Das macht mich wahrscheinlich schon attraktiv in 90% der Augen der Frauen. Ich gebe dir eine Massage während andere Männer Fußball schauen. So, eine richtige geile Tandra-Massage. Vielleicht sogar eine Juni-Massage. Wenn du brav bist. So, wir machen eine Herzchakra. Und nebenbei, also weil sich vorhin bei mir angeblich eine Skorpionfrau gemeldet hat und meinte, ich gefalle ihr. Ich merke, wie mir das gut tut, wenn das mir eine Frau sagt. Also vielen Dank. Alle Frauen, die mir hier sagen, ich gefalle ihnen. Vielen Dank daran. Ich nehme mir, glaube ich, gleich diese hundertprozentige Schokolade. Nee, danke schön. Das ist echt nett. Und ich bin auch bereit. Ich würde mich freuen über jedes Gespräch mit einer Skorpion oder Fischfrau. Absolut. Also jeder Skorpion oder Fischfrau, die mit mir reden möchte, persönlich sehr gerne. Über Telegram oder Instagram oder so. Weil da kann man Videocalls machen. Ich bin eher so der Videocall-Typ. So, jetzt machen wir eine Herzchakra-Übung. Ah ja, nebenbei. Und diese Komplimente, die ich bekomme. Und mir hat das echt einen schönen Abend jetzt gemacht, dieses Kompliment. Also vielen, vielen Dank. ist eigentlich, merke ich, tut meinem Libido, meiner Libido-Selbstermächtigung richtig gut. Also ich merke, das tut mir richtig, richtig, richtig gut. Ich fühle mich wohl dabei. Und das ist so ein bisschen das Ziel, also von meinem Kanal auch. Diese Libido-Selbstermächtigung. Und wenn es dann so halt sich so zeigt, ich habe gesagt, ab 1000 Abos ungefähr, ab 1000 Abos aufwärts. Wenn wir sagen, ich habe momentan 60% Frauenabos im Vergleich, also 60-70% im Vergleich zu Männern 30-40%. Und wenn das, sagen wir mal, bei 1400 Abos, glaube ich, wird die erste Begegnung stattfinden zwischen mir und einer Frau, könnte ich mir vorstellen. Ob das jetzt für eine Massage ist, ob sie bei mir Urlaub verbringt, was auch immer sich ergibt. Ja, ich bin immer sehr, sehr offen, einfach zu gucken, was passiert, was das Universum mit einem vorhat. Und wie gesagt, Skorpion und Fischfrauen haben bei mir immer Vorrang. Absolut, ohne Zweifel. Nebenbei noch was, bevor ich mit dem Herz-Chakra-Ding anfange, was für mich auch total klar ist, ist, dass YouTube-Zuschauer für mich besser sind als TikTok-Zuschauer, auf alle Fälle. Also ich habe jetzt auf meinem tschechischen TikTok-Kanal, habe ich, glaube ich, jetzt gerade oder jetzt vor kurzem die 1000 erreicht. Ähm, ich kann noch mal gucken. Moment. Äh, ich bin jetzt, nee, bei 926. Und ich merke so, die Leute, die da drin sind, taugen mir gar nicht. Also mir persönlich so. So, ähm, ich glaube, die sind noch gar nicht bereit, so zu checken, von was ich spreche. Also da, glaube ich, bin ich im YouTube besser aufgehoben. Ähm, okay, wir machen, wir fangen an mit dem Tapping. Wir werden jetzt beide Hände benutzen. Ah gut, wir benutzen immer beide Hände, entweder vorne und hinten. Das ist auch etwas, was man definitiv mit einer Partnerin oder einem Partner machen kann. Das ist der eine. Ich erzähle euch ein paar Übungen, die ich mit, auch mit zwei Lesbinnen gemacht habe. Absoluter Top. Ähm, ich mache sowas wie Chakra-Atmung. Dafür sollte ich eigentlich fast ein separates Video machen. Ich erkläre es mal kurz. Jetzt können wir ja schon mal anfangen zu tappen. Ihr könnt schon mal tappen. Währenddessen erkläre ich es. Ähm, ich hatte auf Mallorca zwei Lesbinnen zu Besuch. Ich glaube, es waren sogar Deutsche. Und die hatten ein Problem in der Beziehung und in der Kommunikation. Und ich habe mit denen einen Kreisel gemacht. Wir haben so ein bisschen Bidja-Mantras gemacht, Atmung und so ein bisschen geöffnet und so. Und dann habe ich gesagt, so und jetzt sitzen wir alle im Rücken zueinander. Und dann haben wir Chakren-Atmung gemacht. Ich erkläre euch mal die Chakren-Atmung. Und das ist, das haut euch total hin, äh weg, diese Chakren-Atmung. Du gehst, du fängst mit dem untersten Chakra an und atmest von dem Gegenüber die Energie aus dem Wurzel-Chakra in dein Wurzel-Chakra. Während das Gegenüber das Gleiche bei dir macht. Und beim Ausatmen gibst du diese Energie wieder vollkommen zurück. Und dann gehst du alle Chakren durch. Das nenne ich Chakren-Atmung. Das habe ich irgendwann mal während den Tantra-Massagen erfunden. Kam ja auch so wieder intuitiv. Die Effekte, die das auslöst, musst du mal mit deinem Partner oder Partnerin probieren, falls du einen hast. Da flippst du aus. Also da verbinden sich alle Energien auf krasseste Weise. Funktioniert nicht mit jedem, aber mit dem, mit dem du kompatibel bist, funktioniert das extrem krass. Muss man einfach mal gemacht haben. Gut, und ich mache das halt in größeren Gruppen auch, also dass ich zum Beispiel zwei Frauen habe bei mir. Und dann sitzt man in so einem Dreikreis mit dem Rücken zueinander und macht diese Atmung. Boah, ihr könnt hier gar nicht glauben, was da passiert. Also energetisch, das übel ist krass. Und dann wird es meistens auch schon so ein bisschen warm, sagen wir mal so. Und dann kann man ja intuitiv schauen, in welche Richtung es geht. Und, ähm, Gott hätte ich Bock wieder auf so eine richtig geile tantrische Session mit zwei Frauen. So, und, ähm, ich werde schon mal anfangen, wenn es eine wäre. So, und, ähm, das habe ich mit denen gemacht. Und dann habe ich aber gemerkt, so, naja, die wollen ja ihre Beziehung verbessern. Du solltest da nicht so viel da sich selber mit reintun. Dann bin ich rausgegangen, also raus aus der Session und habe gesagt, so, jetzt macht ihr das beide zusammen. Und habe daneben gesessen und ihnen Instruktionen gegeben. Und was halt wichtig ist, ist in so einer Session, also, ich versuche das Verbale auszuschalten, weil das Verbale ist immer Konflikt, das Verbale ist immer Trennung. Aber Energie und Chakren zusammen wachsen, ist immer eine Lösung. So, und, ähm, dann sind die zwei, was schon ein bisschen spät war, und ich habe so auf dem Land gewohnt in Mallorca, äh, sind die bei mir geblieben über die Nacht. Und die eine war, das meine ich jetzt auch nicht böse, ja, das ist einfach nur so eine Beobachtung. Er hat so diese Kampflespe, sage ich mal, so männlicher. Und die andere war halt sehr weich und feminin. Und mit der, die weich und feminin war, die muss auch so Skorpion oder Fisch gewesen sein oder so, weil die hatten so eine übelste, krasse Chakra-Kompatibilität. Ich schwöre euch, wir, wir haben die eine, die eine ist eingeschlafen, und ich und sie, wir haben so mit den Händen so gefuchtelt. Und das hat so krass gefunkt. Wäre die andere nicht im Raum gewesen, also ich wollte sie auch nicht wecken und so, wir hätten, also ich und sie, wir hätten den übelst krassesten Sex gehabt. Und ich glaube, wir wären zusammengekommen. Also, ähm, und dann hätten wir vielleicht noch andere Partnerinnen gehabt. Ich hätte wirklich, ich habe das so aus, aus Höflichkeit habe ich mich quasi, weil ich hätte tatsächlich, ich glaube aber, sie wäre wach geworden, hätte ich die andere irgendwie so weggeholt davon. Und das hätte sich auch nicht richtig angefühlt, weil das wäre ja eine Art von Betrug gewesen. Ähm, da hätte die andere schon irgendwie mitmachen müssen. Ich hatte dann auch keinen Kontakt zu denen, ehrlich gesagt. Aber die hat mir extremst gefallen, weil wir so eine krasse, äh, Verbindung hatten. Und, ähm, ja, in der Früh sind wir alle aufgewacht und die haben sich sehr bedankt. Äh, und es war offensichtlich, das hat mich, glaube ich, die anderen irgendwie hinterher gesehen, ich weiß es nicht mehr, dass die, dass die Beziehung sich da noch sehr verbessert hat. Ja, also durch diese Verbindung von den Zweien. Es war halt so ein bisschen schade, dass die männlichere, sage ich mal, äh, dass die, dass sie überhaupt nicht mein Typ war. Und die war sehr, die hatte Traumata. Und ich, äh, ich, ich sage das ja oft, dass oftmals ist es so, dass jemand lesbisch ist oder, oder schwul. Nicht immer, weil er irgendein, aber man, oftmals ist es so, dass da irgendwas ganz Tiefes, Ungelöstes ist, was ganz Schweres. Und, ähm, weil ich merke, zumindest bei den Lesbinnen merke ich das immer wieder, dass sie sehr offen gegenüber mir sind. Also, dass die überhaupt kein Problem haben, mich auch in ihre Dings aufzunehmen. Wenn ich jetzt, ich habe mal auf einer Geburtstagsparty, äh, zwei Lesbinnen kennengelernt, äh, die, wenn ich schon die Erfahrung gehabt hätte, gut, erst jetzt habe ich sie, ähm, und jetzt lerne ich kaum Leute kennen. Aber damals dann, dann hätte ich mich einfach da eingeklinkt in deren Beziehung und, und wir hätten einfach tantrische Erfahrungen gemacht, das ist ja schön gewesen. Ähm, und die mocht mich sehr, also die hat mich sofort reingenommen, so in ihrer Beziehung. Und ich glaube, da würde sich jedes lesbische Paar wünschen, so einen Mann wie mich mit dabei zu haben. Könnte ich mir vorstellen. Viele. Ähm, äh, also ich habe absolut nichts gegen eine bisexuelle Freundin, im Gegenteil. Das ist eigentlich etwas, was ich mir auch wünsche, äh, mal so nebenbei. Das ist einfach mein Wunsch. Äh, sieht ja jeder anders. So, und, ähm, also das ist mal so ein kleines, kleiner Talk aus meinen Chakra-Sessions. Ähm, äh, ja, es ist, es ist sehr, sehr selten nebenbei, dass man so eine krasse Funkenanziehung hat. Also du spürst es schon in der Aura, ähm, sowas ist wahnsinnig selten und dann sollte man es eigentlich so gut wie möglich nutzen, ohne halt jemanden anders zu verletzen, aber, weil es so extrem selten ist. Und ich würde sagen, eine Beziehung zwischen mir und ihr wäre besser gewesen als eine Beziehung zwischen den Zweien. Ähm, weil es war sowieso schon konfliktbezogen und, ähm, und da war nicht diese extreme Anziehung, ähm, diese Chakra-Anziehung. Und das kannst du einfach nicht ersetzen. Wenn diese Chakra-Anziehung da ist, auf den einzelnen Chakren, zum Beispiel Sakral, Herz, drittes Auge oder so, wenn das einmal da, also das kannst du nicht ersetzen und du kannst es auch nicht faken. So, und jetzt machen wir das Mantra YAM. YAM 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 Wenn man die Mantras macht, kann man sich auch so ein bisschen darauf konzentrieren, eine Vibration hinzubekommen, die halt perfekt für das Chakra funktioniert, wo man das halt so tappt. Also wenn man jetzt Herz haben, versuch wirklich ein Mantra zu machen, was du so richtig hier spürst. Yum, 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 yum. Jum, 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 Jum. Von hinten reinatmen, vorne rausatmen, macht das Ganze noch stärker. Jum, 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 Jum. Jum, 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 Jum. Das ist also sehr wichtig und wenn jemand das als Tabu hat, das ist deren Problem natürlich. und das heißt, es ist Teil meiner Lebensphilosophie, die mir Selbstermächtigung gibt und Vitalität und ich bin Tantra-Masseur und Juni-Masseur, habe vielen, vielen Frauen schon geholfen und das ist einfach Teil auch meiner Berufung so und das wäre fatal, das so unterdrücken, das wäre ein Gegenteil von Libido-Selbstermächtigung und wenn jemand sehr konservativ denkt oder konditioniert ist, dann wünsche ich Ihnen, dass Sie das ein bisschen auflösen, weil sonst könnte das Leben ein wenig kurz werden und ich suche Frauen, also wenn ich Frauen in mein energetisches Umfeld lasse, dann will ich natürlich Frauen, die gegenüber dem sehr aufgeschlossen sind, was anderes würde ich gar nicht wollen und wenn ich mich jetzt selber verschließen würde in der Hinsicht, dann würde ich ja auch gar nicht ehrlich kommunizieren, dann würde zum Beispiel eine zu mir kommen und sagen, oh mein Gott, ich wusste ja nicht, dass du so drauf bist zum Beispiel oder so und tantrische Erfahrungen hat eher was mit Spiritualität zu tun als pure Ego-Sexualität, deswegen triggert das auch so viele Leute, weil die denken so, was redet denn hier über seine Sexualität, weil die sehen das ja aus dem Ego, während ich das aus einer Spiritualität sehe, also es ist tantrische Massage und tantrische Sexualität und Chakrenatmung ist außerhalb von diesem Ego-Sex und diesem, es ist mehr eine liebevolle Begegnung, eine liebevolle Berührung auf spiritueller Ebene und nicht irgendwie dazu da, um jetzt nur dem Mann seine Befriedigung zu geben, also das muss klar gesagt werden so für die, weil wenn man, ich sage immer so, wenn du eine tantrische Massage auf höchstem Niveau noch nicht erlebt hast, dann kannst du dir das auch nicht vorstellen und ordnest es dann einfach so der banalen männlichen Ego-Energie ein und das stimmt dann einfach nicht.